Moin Leute, wieder mal eine neue, naja, heute mal ein Trailer. Wie ihr schon erkennen könnt, wir haben hier Saison Nummer 5. Mit hier ein paar Mapänderungen für Warzone, neue Operator, neue Waffen, die ihr auch hier schon erkennen könnt und vieles weitere mehr. Update könnt ihr schon runterladen für Playstation 4 und direkt am Mittwoch durchstarten. In etwa 36 GB werden hier mit dabei. Und hier haben wir Mapänderungen, unter anderem hier Starten wird weggespringt und geöffnet. Da könnt ihr auch später reingehen. Mit dabei wäre dann noch hier eine kleine Änderung, die auch schon angekündigt wurde. Ein Zug wird erscheinen, darauf findet ihr nochmal Panzerwagen. Noch eine Menge Loot und eine Menge gute Items, die ihr hier finden könnt. Aber ja, darüber gleich nochmal mehr. Wir haben hier auch im Multiplayer nochmal neue Karten. Unter anderem hier den Hafen, der wird reinkommen für den Multiplayer. Eine kleine geschmeidige Karte, darauf werde ich mich mal freuen. Für Bodengrieg bekommen wir dann nochmal Terminal rein. Wie bei, ja, Battle Royale, halt nur für den Multiplayer. Und dann hättet ihr nochmal nebenbei eine kleinere Feuergefechtkarte, eine kleine Farmkarte. Und auch die neue Karte Petroff wird auch reinkommen für den Multiplayer. Mit dabei wäre nochmal neue Modi wie Catch-to-the-Flag, neue Operator und neue Bündel-D kaufen könnt. Und für Warzone erhalten wir natürlich noch eine Menge neuen Loot. Eine Menge neue Objekte, die ihr freischalten könnt, neue Aufträge. Eine Art Live-Event wäre auch möglich. Und wenn ja, dann werden wir natürlich hier live übertragen am Mittwoch gegen 8 Uhr. Mit dabei wären noch eine Menge Mapänderungen. Ihr könnt auch hier auf Dächer gelangen, auf einfachen Wege. Ihr könnt auch mal Waffen begutachten. Und eine Menge weitere Kleinigkeiten werden erscheinen. Aber natürlich alle Neuigkeiten am Mittwoch im Update. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne vorbeischauen, dann bin ich wieder live gegen 8 Uhr. Und natürlich alle Neuigkeiten, die findet ihr wie immer auf meinem Kanal. Wenn ihr noch neu vorbeischaut, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren für weiteren Call of Duty Modern Warfare Content. Und dann meine Freunde, haut rein und bis Mittwoch.